Hallo ihr Lieben, Christian Schemeyer-Patter, Hobsyns-Coach, Psychologe, ja, heute mal freue mich tatsächlich, ich hatte es auch scheinbar ein bisschen was genutzt, ich habe mal gesagt, dass ich auch mal andere Fragen kriege, obwohl das natürlich immer das gleiche Thema ist, aber das ist auch völlig okay, wie gestalten wir Beziehungen, weil also die Sachen, die wir machen, die spielen sich ja nicht nur in Liebesbeziehungen aus, sondern auch in anderen Beziehungen und heute haben wir eine spannende Mail von einer Lehrerin, wo man glaube ich sehen kann, wie mangelnde Grenzen, mangelnder Respekt, das ist eigentlich das gleiche wie in Beziehungen, wie sich das ausspielt. Ja, ihr könnt noch einsteigen, die Selbstbehauptungs-Challenge, wirklich einer der geilsten Kurse, die ich habe, würde ich mal sagen, findet ihr auf liebeschiff.de und ist aber auch einer der härtesten, sage ich auch gleich, der ist wirklich tough und ja, vielleicht macht euch der Spaß, Fluggangskurs ist losgegangen und genau, wenn du auch solche Fragen stellen würdest, keine Garantie gesagt hast, dass das klappt, man kann auch bezahlte Videos Antwort buchen, aber die meisten, die ich hier mache, obwohl es mal ist so, meistens ist es, sind es unbezahlte hier, also schick es mir einfach bei ein Formular auf liebeschiff.de. So, hallo lieber Christian, vielen Dank für deine Videos und Kurse, die du kreiert hast, also eine Zuschauerin, sie sind genial, früher rannte ich immer unerreichbaren Männern nach und ließ mich ausnutzen. Heute finde ich mein Beuteschema von früher total abtörend und das Thema Liebe, von dem ich früher besessen war, langweilt mich so sehr gut. Ja, das ist, ich meine, man kann das auch schade finden, wenn diese romantische Welt zusammenbricht, wenn man sieht, ja, romantische Liebe und Liebe haben eigentlich oft nicht so viel gemein, also man ist romantisch, sexuell verliebt in Menschen, ja, wo überhaupt nichts zurückkommt, ja, es geht eigentlich mehr darum, ja, nächsten Dopamin-Hit zu kriegen, oder die Partner wollen den nächsten Dopamin-Hit zu kriegen, oder, ja, es geht einfach um Bettsport, ist ja, was ja auch okay ist, aber es ist ja eigentlich mit Liebe erstmal nicht so viel zu tun. Liebe ist ja was ganz Allgemeines, habe ich ja auch in meinem Buch, wurde ich gerade nicht mehr hier, ich habe neudem Sohn der Liebe auch beschrieben, ja, du kannst deinen Hund liegendem Auto lieben, Liebe ist was ganz Allgemeines, du willst einfach das Beste für den anderen und wissen wir ja, dass das in toxischen Beziehungen nicht der Fall ist unbedingt, zumindest nicht von einer Seite. So, trotz all der Arbeit an mir, manchen Therapien fällt mir die Klassenführung sehr schwer. Ich habe eine ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung und bin einfach zu wenig hart und sehr kleinlich und zierlich und blond. Okay, ich trage auch nicht die seriöseste Kleidung, weil ich nicht spießig aussehen will. Ja, go for it, zieh dich an, wie du möchtest, ne? Ich bin sehr modisch angezogen, auch eventuell etwas zu unkonventionell und mutig. Aus dem Team sind diesbezüglich schon Anspielungen gekommen. Ja, wahrscheinlich, weil sie dich daten wollen oder neidisch sind, aber ich will mich nicht verkleidet fühlen. Man hat mir zum Beispiel gesagt, mit hohen Absätzen würde ich etwas autoritärer wirken, aber ich bin gern klein, trage lieber flache Schuhe. Ja, ist ja auch gesünder, glaube ich, und wenn du, das ist ja echt, naja, gut. Gut, ich bin vor allem Teamteacherin und sehe darum, wie die anderen Lehrerinnen arbeiten. Zwei davon sind so streng, dass mir die Kinder manchmal echt leid tun, wenn sie einzeln vor der Klasse zurückgewiesen werden. Sie weinen dann fast und werden knallrot. Ich denke da meistens, dass das Kind doch gar nichts gemacht hat, aber die gleichen Kinder sind bei mir zum Teil sehr respektlos und versuchen mich abzuwerten, wenn ich mit der Klasse alleine bin. Also ich höre jetzt mal so raus, dass du eher so die zweite Lehrerin bist irgendwie. Ist das richtig? Ich hoffe, ich verstehe das jetzt richtig vielleicht. Wenn ja bestimmt Lehrer gucken, vielleicht könnt ihr das aufklären. Viele motzen rum und verdrehen die Augen. Also die Kinder schreiben weniger schön, gehen dauernd Wassertrinken und auf Klo etc. Wenn wir zu zweit unterrichten, schreiten die anderen Lehrern immer vor mir ein. Ich wirke dadurch wahrscheinlich faul oder feige, aber ich checke es oft gar nicht oder erst, wenn die andere Lehrerin etwas sagt. Das ist, glaube ich, so, weil ich Fehlverhalten in der Vergangenheit immer ignoriert hatte. Absolut. Gut. Und das ist, glaube ich, für Menschen, die vielleicht mal oder aktuell co-abhängig sind, ist, glaube ich, Lehrer echt ein Scheiß. Also stelle ich mir vor, ihr könnt gerne mal Lehrer oder Lehrerinnen hier mal kommentieren. Stelle ich mir echt scheiße vor, wenn man, weil Co-Abhängigkeit heißt ja auch, ich kann, heißt ja vor allen Dingen, ich kann wenig Grenzen setzen. Ach, da fällt mir gerade was ein. Also es ist keine bezahlte Werbung etwa. Also es ist eine Freundin von mir. Super Buch, ist noch nicht raus, glaube ich, aber die hat noch mehr geschrieben. Natalie Lou. Richtig geil. Also passt auch gerade dazu. The Joy of Saying No. Ähm, und es gibt noch so anderes von ihr, ähm, The Fallback Guy oder sowas. Leider auf Englisch, aber richtig, richtig gut. Hat auch einen guten, äh, Podcast, glaube ich. Genau, Baggage Reclaim heißt der. Aber wie gesagt, das liegt, dass jemand denkt, ich mache hier bezahlte Werbung. Nein, ich kenne die einfach und die ist einfach gut. So, äh, aber zurück zum Thema. Ähm, ähm, so, ja, ich dachte ja gleich nochmal was zu, ich lese mal ein bisschen weiter. Äh, viel Fehlverhalten kann ich nicht mal verbessern, weil ich es verpasse. Ja, das ist ja wie in Beziehungen, ne, wenn man so gewöhnt ist, vielleicht aus der Kindheit, dass es einem sowieso immer nur Scheiße passiert. Man sieht es gar nicht kommen, weil, weil man es alles so normal findet. Äh, das kann ich mir so richtig, äh, vorstellen. Und ich sage auch ganz ehrlich, auch aufgrund meiner Historie, ich, ich könnte das nicht. Ich denke ganz oft, ich könnte nicht Lehrer sein. Mich würde das völlig aufreiben, dieses, ähm, ich meine, ich kann mittlerweile, äh, Grenzen setzen, das sind auch harte Grenzen, aber nicht, wenn ich das jeden Tag tun müsste. Das würde mich völlig, also, äh, würde mich richtig stressen. Aber vielleicht habe ich auch die falsche Vorstellung vom Lehrerberuf, weiß ich nicht. Ähm, also wenn man so ab und zu mal harte Grenzen setzen muss, okay. Aber sich so jeden Tag, äh, Respekt erarbeiten vor, ähm, ja, Kindern, die ja vielleicht heutzutage auch ein bisschen zu sehr laissez-faire erzogen sind, glaube ich. Boah, das, boah, das finde ich richtig, das wäre, also für mich persönlich, für meine Struktur, sage ich mal, wäre das, glaube ich, das würde mich fertig machen, ne. Ähm, aber ich habe ja auch Freunde und kenne Leute, die diesen Beruf haben und total gerne machen, also offensichtlich kann man das ja hinkriegen. Ähm, ich lese mal noch ein bisschen weiter. Und wenn ich etwas sage, komme ich mir sehr spießig vor und habe Angst, dass die Kinder mich dann weniger mögen. Ja, das ist diese Leftover von Co-Abhängigkeit, also dieses, ich will gemocht werden, ich muss lieb sein, aber das ist so ein bisschen der Punkt, das ist genau wie in Beziehungen hier, Respekt geht vor Liebe, ne. Die Kinder können dich nicht richtig lieben, solange sie dich nicht respektieren. Deswegen musst du immer, äh, und das machen leider auch, ich sage jetzt überhaupt nicht, äh, ich meine, ich habe, wie gesagt, ich bin kein Lehrer, ich sage jetzt überhaupt nicht, dass man Kinder so stressen sollte, dass mit hochrotem Kopf vor der Klasse stehen, aber Kinder sollten Respekt vor einem haben und, also mir wäre als Lehrer, glaube ich, lieber, ich wäre ein bisschen zu streng, als ich wäre zu laissez-faire und die tanzen mir auf der Nase rum. Und, äh, also da wäre meine Empfehlung wirklich, äh, auch gut, um dieses Co-Abhängige weiter abzubauen, dieses Pluspolige, sei strenger, sei härter, ne, und das kann man mit Sicherheit üben, weil du siehst, die Kinder, auch wenn, ich meine, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber das Leben ist halt so, die Kinder halten dir einen Spiegel vor für deine Pluspoligkeit, so musst du das sehen irgendwie, ne, das sind Arschengel und die wollen ja an sich nichts Böses, die nutzen nur diese Räume und genau das, ähm, machen Menschen in schwierigen Beziehungen auch, die nutzen diese Räume, die du ihnen lässt, ne, wenn du da nicht klar sagst, wir sind aber fest zusammen, äh, dann, ach, ich habe so gedacht, wir sind nicht fest zusammen und ich habe noch fünf andere hinter deinem Rücken durchgenommen, ähm, ja, also die nutzen, so sind Menschen halt, Kinder auch, also Kinder sind ja auch nicht per se jetzt bessere Menschen, äh, ach Gott, das darf man wahrscheinlich auch nicht sagen, also ich wüsste schon, wie ich es meine, also Kinder können auch grausam sein, auch, auch, auch Lehrern gegenüber, ne, also ich weiß das zumindest aus eigener Schulerfahrung und, ähm, ja, also eigentlich kommen ja die Lehrer am besten klar, also das würde ich sagen, es ist, aus meiner Sicht ist es auch das Beste, wenn, ähm, du, streng bist, also auch, äh, sozusagen Autorität zeigst und auch Strafen androhst, ohne sie dann immer auszuführen, weil sozusagen diese Androhung schon gereicht hat und ansonsten bist du aber, äh, ja, fürsorglich lieb, also ich weiß, wir hatten damals einen Lateinlehrer, der das perfekt gemacht, ähm, sozusagen dieses, man könnte so ein bisschen sagen Zuckerbrot und Patsche, so, ne, also wenn, wenn es dann abging in der Klasse, war super streng und dazwischen, äh, super nett und das, was ich auch immer sage, auch wenn ich Teams coache oder ein Unternehmen mal gearbeitet habe, die habe ich auch mal gesagt, das ist, also ob man das jetzt gut findet oder nicht, das ist, was am besten funktioniert, also immer nett sein, äh, das funktioniert auch als Chef nicht, ich auch nicht als Teamleiter, das kannst du vergessen, Leute tanzen dir auf der Nase rum, die machen, was sie fucking wollen, äh, es wäre schön, wenn wir in der Welt leben würden, wo diese Sachen nicht ausgenutzt werden, aber sie werden ausgenutzt, Menschen machen, was sie wollen und, ähm, Kinder, Erwachsene und, äh, ja, ich glaube, wenn du da deinen Seelenfrieden behalten willst, musst du echt strenger sein, ne, und das nochmal überprüfen, was für Glaubenssätze und ob die stimmig sind, die Glaubenssätze, weil eins ist auf jeden Fall falsch, wenn du denkst, und das gilt für alle, alle Erwachsenen in Beziehungen und ich weiß nicht, für überhaupt, wenn du denkst, Menschen behandeln dich netter, nur weil du nett bist, das kannst du vergessen, das ist, das mag für einige wenige Menschen, mag das stimmen, für das Gro der Menschen, vor allen Dingen, die auch viel im Ego sind, aber nicht nur, einfach für das Gro der Menschen, kannst du einfach sagen, äh, nee, das ist genau andersrum, wenn du zu nett bist, wirst du scheiße behandelt, das ist einfach, es ist so, sagt mir gerne, dass es anders ist, ich lese es wirklich immer in fast jeder E-Mail, meine Erfahrung ist es auch, wenn du zu nett bist, wirst du völlig übergemangelt, ne, Leute respektieren dich nicht, und, äh, ich finde es auch nervig, ich meine, ich muss das ja auch immer mal wieder, äh, machen, so Grenzen setzen, ach, Leute mal zurechtweisen und was weiß ich und in die Schranken weisen, ja, das gehört zum Leben dazu, das muss wahrscheinlich jeder und es macht mir keinen Spaß, also, es macht mir bis heute keinen Spaß, weil das eigentlich nicht meine Grundnatur ist, aber das Leben verlangst von einem, ne, und weil ich persönlich jetzt weiß, wie schwer mir das fällt, weiß ich auch, also meine ich zu wissen, dass so ein Beruf mich persönlich, glaube ich, fertig machen würde, so, ja, und auch, ist übrigens auch, wenn wir zu sehen, wenn wir unseren Hund erziehen, beziehungsweise nicht erziehen, ich meine, das ist so ein echt super einfacher Hund, ne, so ein, so ein, äh, Dudel hier, ähm, aber, äh, ja, wenn du nicht ab und zu, also, also, wenn ihr, jetzt muss ich es gar nicht mehr so sein, aber in der Hundeerziehung, wenn man da nicht ab und zu, also seit ein paar Mal hat sie so meine Grenzen so richtig überschritten und da habe ich auch gedacht, da habe ich sie so richtig hart begrenzt, gut, ich bin jetzt kein Hundetrainer, aber, äh, ja, du musst dir einfach Respekt verschaffen, auch Tieren gegenüber, ne, das, also, es ist überall das Gleiche, es ist wirklich überall das Gleiche, ne, ähm, so, 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 jetzt sind wir ziemlich, haben wir eine ziemlich große Schleife gedreht, äh, und doch merke ich, dass die strengeren Lehrer nicht unbeliebt sind, das ist genau, was ich meine, die sind, ich glaube, die sind im Schnitt viel beliebter, so, ne, äh, ich habe Angst, dass ich die Klassenführung nie in den Griff bekommen werde und überlege mir, ob ich was anderes arbeiten soll, ich bin gar keine Rampensau und bin lieber im Hintergrund, ja, ich habe zu wenig Ahnung, äh, also, vielleicht können dir Leute drunter kommentieren, ähm, also, du musst, wenn du da, glaube ich, langfristig nicht ein Burnout geben willst, glaube ich, äh, oder was heißt Burnout, wenn ich das nicht so sehr anstrengen soll, dann würde ich jetzt denken, äh, musst du viel mehr Grenzen setzen, so, ne, und, und härter sein, kühler sein, strenger sein, wenn, wenn du sagst, äh, ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, was für einen Beruf du machen sollst, weiß ich nicht, kenne dich nicht, aber, ähm, ich würde mal sagen, wenn du jetzt dauerhaft feststellst, dass diese Art, sich ständig abzugrenzen und Respekt einzufordern, dass es nichts für dich ist, ne, dann ist es so, also, dann, äh, ja, mach doch was anderes, also, meisten Leute in unserem heute etwas längeren Leben machen letzten Endes verschiedene, nicht unbedingt verschiedene, dass sie jetzt immer was Neues lernen, aber richten ihren Beruf anders aus, das muss man manchmal auch machen, ne. Ähm, 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 in meinem Land verdient man als Lehrerin sehr gut, weiß jetzt nicht, welches Land das ist, äh, aber scheinbar so aus dem deutschsprachigen, äh, Raum, sag ich mal, ähm, vermutlich, ähm, ehrlich gesagt, mache ich es auch zum großen Teil für meine Familie, das ist natürlich ganz schlechte Sache, ne, du sollst was machen, was du willst, ich komme aus einer Akademikerfamilie und mein Job als Lehrerin ist das Mindeste, äh, als dass man noch arbeiten darf, bevor es peinlich wird. Ja, aber das, auch das ist so eine gewisse Art von Pluspoligkeit, das, äh, der Familie recht zu machen, was hast du davon, ne? Ey, und wenn du lieber, äh, Kreide-Straßenbilder machen willst, also, dich muss es glücklich machen, und, ähm, also, das sind manchmal auch so komische, feste Bilder, also, aus Teilen meiner Familie kam zum Beispiel immer, dass man Landarzt werden sollte, ne, und ich bin ja Akademiker, ne, ich meine, ich habe, äh, Diplompsychologie studiert, ich bin Akademiker, ähm, ich würde mal sagen, ich bin echt erfolgreich, ich würde sagen, auch, was einen Landarzt angeht, würde ich mal sagen, würde ich jetzt persönlich sagen, viel besserer Job, ich arbeite wahrscheinlich viel weniger, kann trotzdem gut davon leben, und, ähm, trotzdem macht das Teil in meiner Familie, äh, haben, ja, du hättest Landarzt werden sollen, äh, auch wenn das so gar keinen, äh, das macht sozusagen Sinn für die Menschen, die das sagen, weil sie aus irgendwelchen Gründen finden, das ist so der geilste Beruf der Welt, ähm, aber das ist dann irgendwie auch so eine Schublade, und warum sollst, ich meine, sollen hätten deine Eltern halt Lehrer werden sollen, wenn sie, oder, oder sind ja Akademiker geworden, aber, ist ja okay, wenn die das wollen, ähm, aber, klar, wenn man seine Kinder jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, auf die Straße kommen, nix zu essen haben, aber das ist, äh, auch in deinem Land sicherlich kein Problem, und ich kann das immer nicht so richtig verstehen, wo man, also, ich muss ganz ehrlich sagen, kann das überhaupt nicht nachvollziehen, warum man will, dass Kinder irgendwie einen besonderen Job machen, also, ich habe meinen Kindern immer gesagt, also, ist das weitgehend egal, ganz ehrlich, ähm, schöpft euer Potenzial aus, was auch immer das ist, und werdet glücklich mit eurem Job, ne, also, müsst das, ich meine, meinen beiden Kids, äh, haben, beziehungsweise steuern jetzt auf echt gute Jobs zu, aber, ich kann ja wirklich nicht sagen, dass mir das irgendwie, irgendwie wichtig gewesen wäre, so, ich finde das sehr egozentrisch von Eltern, wenn sie unbedingt wollen, was ihre Kinder so werden, und, äh, irgendwas hast du davon, dann machst du genau den Beruf, also, wenn ich jetzt Landärzt geworden wäre, ich wäre wahrscheinlich kreuzunglücklich damit, ne, weil ich, ich glaube, die müssen super hart arbeiten, das ist nicht so mein Ding, und, ähm, ja, und wofür, weil dann steht auf deinem Grabstand später, ja, du hast das gemacht, was deine Eltern wollten, ja, super, das ist, ich weiß nicht, ob wir diesen, das ist, Achtung, Trigger, aber es kommt ein echt mieser Witz, aber der trifft es irgendwie so, ne, ähm, und zwar geht der, was passiert, wenn Co-Abhängiger stirbt, und dann, äh, ist die Antwort, das Leben seines Partners zieht dann ihm vorüber, ich meine, der ist echt mies, aber der trifft so ein bisschen so, was hast du davon, wenn man hinterher sagt, ja, du hast es allen Menschen recht gemacht, ne, gar nichts, da bist du keinen Gewinn von kriegen, ne, jetzt sag ich, jetzt ist unsere Welt wirklich in großen Teilen total egoistisch, und natürlich wollen wir nicht egoistisch werden, das ist das andere Extrem, aber wir wollen auch nicht, ähm, so Fußabtreter sein für andere Menschen, oder, äh, den Wünschen von anderen Menschen genügen, damit die glücklich sind, und wir sind aber nicht mehr glücklich, das ist, ja, das ist genau wie das, äh, ein Gebot, äh, in der, in der, im Christentum, äh, ich meine, das ist eigentlich immer so schräg formuliert, eigentlich müsste man sagen, liebe dich selbst total, und liebe deinen Nächsten total, ne, das ist immer so ein bisschen versteckt, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, also das, wie dich selbst vergisst man ja immer, äh, also du musst so einen Ausgleich schaffen, so, ne, ach, das Video wäre viel länger, als ich dachte, so, äh, alle meine Familie haben studiert, ja, darauf geschissen, echt, wirklich, du hast ja auch studiert, aber du kannst mit deinem Beruf garantiert auch was anderes machen, ne, wenn du was willst, also, wie gesagt, äh, musst du halt mal erforschen, und ja, das ist, ähm, also das finde ich auch beim Lehrerberuf, weiß jetzt nicht genau, wie das in deinem, offensichtlich, bist du eigentlich in Deutschland, äh, verdienen gut, ähm, kannst Beamter werden, und du hast viel Ferien, ne, ich meine, das ist natürlich, äh, äh, knallharte Argumente, aber meiner, meiner Ansicht nach sind das so Nebenargumente, wenn dich der Job nicht erfüllt, was hast du von den, von den Ferien, also ich finde das auch, also deswegen diesen Job zu machen, sagst du jetzt nicht, aber ich wollte es nochmal, also finde ich falsch, weil idealerweise willst du eine Arbeit machen, die dir so viel Spaß macht, dass du sowieso das Gefühl hast, ob jetzt, könnte ich bei mir, glaube ich, auch sagen, ob jetzt Urlaub oder nicht Urlaub, ich arbeite immer gleich viel, weil ich das, äh, ich habe eigentlich, ich habe überhaupt nicht so diese Trennung zwischen Freizeit und Arbeit, weil ich arbeite auch gar nicht so als, ich finde Arbeiten auch cool, also ich würde, ich würde nicht unbedingt den ganzen Tag frei haben wollen, so, und, äh, aber das ist echt was, was cool ist, arbeite gerne so, ne, und, ähm, das, also wenn du dann on top noch viel Ferien hast, okay, ne, und ob top vielleicht, äh, später gute Rente kriegst, wo mal, mein Gott, bis dahin ist die Welt vielleicht schon zehnmal untergegangen, das wissen, das wissen wir auch alles, wo, wo, weiß man das alles, und, ähm, es gibt so einen krassen Arbeitsplätze-Mangel, ey, du kannst ja noch zehnmal den Beruf wechseln, so, ne, auch ohne unbedingt was neu studieren zu müssen, so, ne, äh, ich beneide auf Leute, die im Hintergrund arbeiten, ja, guck mal, ne, auch wenn sie weniger verdienen, ich kann sehr gut mit Geld umgeben, würde mit einem kleinen Lohn zurechtkommen, ja, du beantwortest deine Fragen eigentlich selber, ne, soll ich mich vom Acker machen, oder soll ich mich durchbeißen und knallhart werden? Also ich denke mir, diese Aufgabe, härter zu werden, kühler zu werden, Grenzen zu haben, äh, ne, äh, der Spaß, nein zu sagen, ne, oder die Freude, nein zu sagen, das wirst du, das wirst du wahrscheinlich sowieso lernen müssen, ich könnte mir vorstellen, selbst wenn du das jetzt hier vermeidest, äh, wird das Universum dir andere, äh, Lernaufgaben stellen, was jetzt aber überhaupt nicht heißt, dass du da bleiben sollst, so, äh, ich glaube, man muss einfach wirklich gucken, deswegen habe ich diese E-Mails auch mal rausgenommen, weil ich das so fühlen kann, also ich glaube, ich würde, würde total unglücklich werden als Lehrer, wenn es einfach nicht liegt, ne, man muss, und wenn einem irgendwas überhaupt nicht liegt, also, äh, weiß nicht, du kannst dem Hund jetzt auch nicht, äh, sprechen beibringen, so, ne, wenn, wenn dir das überhaupt nicht liegt, warum dann so gegen den Strom schwimmen, ne, aber, genau. So, ach ja, die Lehrerin, welche die Kinder am meisten in der Kontrolle haben, sind voll in der männlichen Polarität, irgendwie will ich nicht dorthin, was tun, liebe Grüße, Katnowskula, äh, ja, das glaube ich, also, das glaube ich, dass man, das heißt jetzt aber nicht, du kannst, äh, dich feminin kleiden, äh, von, von 8 bis, äh, 14 Uhr in der, in der, deine männliche Polarität rausholen, nach Hause gehen und, äh, wieder in die weibliche gehen und Männer daten in der weiblichen Polarität, das geht, ne, das ist ein bisschen, kostet vielleicht ein bisschen Energie manchmal, aber es geht, aber wenn du jetzt zeichnen, super, wirklich interessante Mail, aber wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte den ganzen Tag in meiner weiblichen Polarität sein, ähm, auch für ein guter Hinweis, das ist vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Lehrer und jede Lehrerin immer in ihrer männlichen Polarität sind, aber, ich finde, das ist ein guter Hinweis, also, ich fühle das, was du schreibst und wenn dir das einfach nicht liegt und vielleicht sind, vielen ist da, glaube ich, gar nicht klar, was männliche Polarität ist, also, vielleicht sind viele, auch viele weibliche Lehrerinnen oder weiblich gelesene Lehrerinnen, wie man ja heutzutage sagt, äh, sind vielleicht in ihrer männlichen Polarität tagsüber und das macht denen gar nichts aus, aber denen macht das was aus, ne, in diesem Sinne, schreibt mir gerne coole E-Mails, was heißt cool, was euch beschäftigt und, äh, auch, wie gesagt, gerne mal out of the box und wir sehen uns bald wieder. Take care.